Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Deathwatch Dronade Invasion. Wir sind in Akt 8, wir sind in Mission Nummer 2 und die dritte werden wir heute aufmachen. Jetzt geht es um den Hinterhalt. Die Fall ist gelegt, das Killteam wartet. Wenn sie den Hive Tyrant zerstören, wird die Hive Fleet verkrampfen und die imperialen Kräfte können sie zerlegen. Genau das werden wir jetzt tun. Wichtig heute ist Orto, denn Orto hat eine schöne kleine Ausrüstung bekommen, nämlich dieses hier, das Relikt der ersten Kompanie, mit dem wir 100% Schaden gegen große Einheiten plus machen. Und wenn ich dann so richtig so eine volle Kanne dem um die Ohren knispel mit einer vollen Ladung, dann sollten wir da richtig gut dann zuschlagen dürfen. Also das Item kam genau zur richtigen Zeit. Gott sei Dank, kann man doch nur sagen. Das ist wohl wahr, aber wir haben einen gewissen Vorteil ihm gegenüber. Gott sei Dank. Wir werden uns hier jetzt platzieren. Und da kommt unser Freund auch schon. So, der wichtigste Mann zuerst. So, das war es schon mal. Okay. Stopp, Staffel, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nochmal entsprechend weg. Nein, die Granate fliegen nicht so weit. Anscheinend nicht. Na gut. Eiei, ei, ei, ei. Otto mag er nicht. Warum nur? Otto. 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 Nein! So macht man das nämlich, meine Freunde. Die Minen sind eine nette Idee, aber es geht doch nichts darüber, eine direkte Konfrontation so mitten in die Fresse. Eine Meisterwerk-Bullt-Pistol, ja nett, aber können wir momentan nicht so richtig gebrauchen. Okay, wir haben kein Assault Marine, das ist nun mal so. So, Haniel hat jetzt wieder 5300, was könnte er tun? Plus ein AP, so wie ein Ende des Zuges hat. Hm, was ist noch? Warum nicht? Nehmen wir mit. Gut, wir sind bei 90 Punkten, kann ich da jetzt noch was machen? Nicht unmittelbar, also gehen wir in den Feldzug und gehen in die nächste Mission. Der Hive Tyrant ist tot und der imperiale Angriff hat begonnen. Es sind jedoch sonderbare Larven aus der Leiche gekrochen. Das Killteam muss Proben vor dieser Kreatur nehmen und sie dann in die Evakuierungszone bringen. Gut, werden wir tun. Ich lasse jetzt mal bei Orto dieses Siegel für den Zusatzschaden gegen große Kreaturen drin, denn ich möchte mal behaupten, wir werden jetzt wahrscheinlich keine Mission mehr machen, wo es nicht in irgendeiner Art und Weise... Okay, machen wir genau das. Das fiese ist, wenn ich das richtig sehe, für jeden von uns wartet da ein Sample. Das fiese ist, wenn wir jetzt mal bei Orto dieses Siegel für den Zusatzschaden haben. Dann müssen wir jetzt die Gruppe auf jeden Fall wieder erst mal sammeln. Zu sehen ist momentan nichts. Ja, wenn ihr meint. Okay. 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 Dann kann ich ihn logischerweise gleich noch ein Stück früher sehen. So. Oh, der dürfte jetzt aktiv werden. Wird er nicht. Gut. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Ah ja, jetzt geht ja das Gemetzel gleich los hier. So, die liegen alle flach. Triff endlich! Mal gucken, ob der den sehen kann von hier. Nein, dann darf er auch noch vorrücken. Und auf geht's. Bisher sieht's ja eigentlich ganz gut aus. Oh, oh. Gut. Das werden keine größeren Schäden. Ach, komm schon. Hm, hm. Keine wirklich gravierend schlimme Situation. Puh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's. So, wir kommen näher. Das ist jetzt die Frage, was kommt da noch alles? Okay, das sind alles, alles nur Warrior. Das ist in Ordnung. Und die neigen ja sowieso eher dazu, sich zu verstecken. Ich sag nix. Ich sag nix. Okay, der läuft weiter weg. Das soll er machen. Ich sag nix. So, nächste Runde ist der Drops gelutscht. Und... Ja, nachdem der Einstieg in der letzten Folge doch relativ haarig war, haben wir hier jetzt die nächsten beiden Missionen doch relativ zügig erledigt. Und haben alle Proben weggeschafft. Das ist doch fein. Gut. Otto könnte mal wieder... Schauen wir mal. Was haben wir hier? Ein Standard-Midi-Pack. Das können wir verhökern. Das ist ein Midi-Pack 2. Das ist natürlich ein bisschen besser. Aber den... Tun wir weg. Jetzt gucken wir uns mal das nächste mögliche Paket an. Was haben wir denn da? Wir haben ein Schmerzmittel. Standard. Weg. Okay, das Ding gehört keinem Orden an. Sie kann überhitzen, aber die Angriffsgenauigkeit verstärkt sich im Overwatch. Ich glaube, mein Freund... Wir müssen mal gucken, wie wir dich unterbringen. Okay, Ulrich erst mal hier... Last Gun-Spezialisierung. Aber ich habe keine Last Gun. Ich habe keine Last Gun. Machen wir erstmal weiter. So. Und Fiskel? So, mein Freund. Wo bist du? Wo, wo, wo? Aha. Das ist sein Namensbruder. Dann nennen wir dich jetzt mal... Tor Redface. So. Und dann gucken wir mal. Wir haben doch bestimmt... Ach, guck mal hier. Dann kriegst du erstmal eine schöne Infernus-Pistole. Und die... Zack. Die Power Fist. Ah, das ist doch... Ach. Herrlich. Tor Redface wird in der nächsten Folge mit in unser Team gehen. Wobei ich ganz ehrlich am überlegen bin... Wir sind jetzt... Ja, pass auf. Komm. Weil der nächste Akt ist 8. Wenn ich dann 1, 2 und 3, 4 machen kann, ist das besser. Deswegen gehen wir jetzt halt eben entsprechend zu Nummer 4. Die Tyranids bei dem Versuch, die gestorbenen Larven zurückzuobern. Von der Rage geraten. Die Deathwatch muss dem Angriff standhalten, bis das Heifer meint seine Streitkräfte zurückzieht. Alles klar. So. Wen nehmen wir denn mal raus? So. Wir haben 3 Space Wolves. Einen Ultramarine und einen Blood Angel. So. Die Space Wolves bleiben. Ganz einfach, weil wir dann auch Synergie-Effekte später nutzen wollen. Deswegen, Harniel, es tut mir sehr leid. Aber du wirst gegen Thor ausgetauscht. Otto bleibt. Otto ist einfach... Nein! Ich habe vergessen die Plasma-Kanone. Wie ärgerlich. Brothers, die Presence der Larven-Sampel hat die Tyranids in eine Frenzie gebracht. Kass sie runter, bis sie verpflichtet werden, zu erzeugen. Okay. Wir müssen uns platzieren. Wir haben 4 Züge Zeit, bis der Gegner angreift. Gucken wir mal. Wo sind wir denn? So. Im Grunde genommen ist das hier die Straße, wie wir sie kennen. Von hier wird niemand uns angreifen. Hoffe ich zumindest. Ich möchte eigentlich... Genau. Warum nicht so? Wie war das? Ich denke, die nächste Welle kommt jetzt in 4. Okay, hier kommt was Großes. Ah, flimm, 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 flimm. Super. So, da sind wir erstmal in Position jetzt. Wo kommt der Große? Und vor allem, wer bist du? Bist du ein Hive Tyrant? Habt ihr das gesehen? Obwohl, der dürfte eigentlich auch nicht auf ihn feuern können. Der ist zu weit weg, oder? Wir machen das Experiment mal. Wir gehen mal das Risiko ein. Okay, er konnte nicht auf uns schießen, er war zu weit weg. Gut. Okay, sehen wir ihn irgendwo? Oh nein, tun wir nicht. Ach, ich bin überhitzt. Ich wundere mich schon, warum geht es nicht? Das ist halt eben der echte Nachteil bei der Plasma-Kanon. Okay. Mit ein bisschen Glück. Da kommt noch was Großes. Was? Da kommt noch einer, okay. Okay. Ach komm schon, du Depp! Ach komm schon, du Depp! Oh, 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 oh. Mehr Glück als Verstand. Oh, 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 oh. Na, Hossa, die Waldfee. Gott, hier ist ja einiges Großes jetzt unterwegs. Ja, der hat es noch richtig drauf. Gut, ist klar, ist seine erste Mission. Der trifft noch nicht so richtig. Oha! Ich glaube. Wollen wir mal gucken. Vielleicht kann er jetzt auf Distanz dann doch nochmal einen guten Schuss anbringen. Wenn nicht diese Viecher das da alles verstopfen würden. Mann! Ach du Schande, zwei Pyro. Oh, du Heiliger, du arzt es ja nicht. Ach, schon wieder überhitzt. Ja, überhitzt. Hilft nix. Na ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, der wird uns noch... Oh, da kommt er um die Ecke, alles klar. Mist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Also, als erstes räumst du den da weg. Okay. 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 Mensch. Da ist der zweite. Ah, süße. Ah, Mist. Das Gute ist, dass er sich selber großen Teils hier den Weg versperrt. Oh, oh. Das klang jetzt noch ganz schlecht. Das klang nach einem das klang nach einem Bösen. Bösen, Bösen. Bösen, Bösen. Gut, gucken wir mal. So, weg ist er. So, weg ist er. So, weg ist er. So, weg ist er. Gut gemacht. Das Problem ist, ich fürchte, wir kriegen jetzt einen Token. Ja, da ist er weg. Ah, da ist er. Ah, damn it. Oh. Super. Sammel ordentlich Punkte, mein Freund. Okay, sichtbar ist der Typ im Moment nicht. So, dann warten wir doch. Ach. 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 Wahrscheinlich da ist noch mindestens einer. Ja. Zwei Punkte, dann ziehe ich jetzt nochmal ein Feld zurück. So, mal sehen ob wir ihn jetzt in die richtige Richtung gelockt bekommen. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat sich jetzt verdammt schlau hingestellt. Das muss man leider so sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist okay, aber nichts wirklich sonderlich Spannendes. Dann verhökern wir doch gerade mal eben schnell, was wir nicht davon brauchen. Ja, wir können den mal lassen. Auch die lassen wir... Das sieht gut aus. So, das ist alles, das, 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 das alles ist in Ordnung. Das Schmerzmittel kann auch weg. So. Dann gehen wir mal unser Team anschauen. Wo ist denn der neue? Wo ist denn der neue? Komm sonst leer. Brauchen wir nicht. So, Ulrik. 30% Schadensmilderung. 30% Schadensmilderung. Ja, die ist schon... Was ist das? 100% Genauigkeit für eine Runde. Ist nicht er. Komm, 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 komm. Natürlich. Keine Frage. Was für eine Frage. So. So, Angel Lupus braucht nichts. Kann er auch nichts. Otto. Ja, es ist nur ein Ultramarine im Dienst, ne? So ein bisschen unglückselig. Das sind alles Defense. Auch du kriegst die 100% Genauigkeit jetzt. Die können wir nämlich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, Tor Redface. Wir werden dich jetzt auf jeden Fall erstmal in Genauigkeit hochtrimmen. Was auch immer möglich ist. Okay, Level 6. Das sieht schon mal viel besser aus. 73 beziehungsweise dort auch. Also, meine Herren. So, und dann halt eben hier nochmal. 4000. Was haben wir da? 2% AP. Okay. Jawohl. Bolter Spezialist. Super. Sehr gut. Gut. Okay. Dann haben wir den achten Akt abgeschlossen und werden uns dann in der nächsten Folge zur ersten Hälfte von Akt 9 sehen. In diesem Sinne. Macht's gut. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.